bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ich wollte nur etwas erklären, da gibt es eine bestimmte christ, arabische christ, lügt über mich, er lebt in england, die laden ihm diese deutsche, aramee oder keine ahnung christin, und er lügt über mich, er sagt, dass ich beleidigt maria, und maria über meinen kopf, maria ist die mutter von jesus, wie lieben sie mehr wie euch, ihr orthodox und katholik, die frage hier, der hat gesagt, das hamdi hat gezeigt, was bewährtes von maria, sie stiehlt einmal, er glaubt, dass ich das gezeichnet habe, und er glaubt, dass ich das gemacht habe, diese bilde, nein, meine freunde, das ist in eurer kirche, das ist eure kirche, nicht ich, das ist in eurer kirche, ihr orthodox, die sagen, das ist der heilige Bernhard, maria angeblich erschient ihm, und hat ihm gestillt, zu erwachsen, warum habe ich das erwähnt, weil in diesem stream, ich war drinnen, ich war nicht drinnen, ich habe nur gehört, die reden über Aisha, nur Lügen, und sie hat gestillte Männer, ja, die haben das von dieser Rawaf, und bin ich reingegangen, und habe gesagt, wie kann Aisha stiehlen Männer, wo sie nicht einmal ein Baby haben, man muss ein Baby haben, um das Milch zu produzieren, und zu stiehlen, und da gibt es sowieso eine super Widerlegung, habe ich das gemacht, in einem Video, könnt ihr das schauen, aber mit Erwachsenen stiehlen, weil die das nicht einmal verstanden haben, aber, also, ich frage zu dieser, was nicht, wie heißt der, Babyborn, keine Ahnung, was für einen Namen haben die, Götzen, Namen haben die, also, sag ich nochmal, dieses Bild, was ich gezeigt habe, das ist der heilige Bernhard, nicht ich, angeblich hat so viel gejammert bei Marie, Statue, weil die Bettene nur Statue, diese katholische und orthodoxe, und ich habe nur dieses Bild gebracht und dann gezeigt, das ist in eurer Kirche, da, bitteschön, es ist nicht ich, das ist nicht meine Worte und meine Bild, wir tun sowas nicht, wir dürfen nicht einmal die Propheten, sogar nicht einmal die Sahaba, die Gefährder des Propheten zeichnen, was glaubst du, dass wir, Maria, die Mutter Gottes, laut eurer Bibel, was, Maria, die heilige Maria, die reine Maria für uns, glaubst du, ich mache, nein, das ist eure Sache, eure Bild, also, geh, ich werde dich bei, bei den, äh, bei der Kirche, wo wir sowas gemacht haben, und nicht bei mir, und nicht lügen noch, dass du, Hamdi, beleidigt, Maria, Maria über meinen Kopf, und ihre Schuhe über meinen Kopf, aber, ihr beleidigt die Propheten, ihr beleidigt Jesus, ihr beleidigt Maria, Segen und Frieden für ihr, nicht wir, und wenn ich euch bloß stelle, dann bin ich schuld, bin ich böse, Hasbunallah und Naam al-Wakil, also, geh und check deine, deine Info, nicht, äh, mich beschuldigen, Achorda, wahn, alhamdulillah, herabbelahein,